Opa Robis! Sei bereit für deinen Sarkophag! Hopp! Ausweichmanöver! Führer Adonis, Gewalt war niemals Sache, der Baumeister. Vergiss deine Spitzfindigkeiten. Warte, warte, ich hab den Zaubertrank nicht getrunken. Eie. Oh! Oh! Hä? Äh, Papier wickelt Stein ein. Bist du sicher? Aber natürlich. Na gut. Na gut. Na gut. Ich will! Nein! Ja! Ich bin Piradonis und ich hab Numero Bistum. Fang mich, wenn du mich kriegst! Ha! 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 Und wie willst du wieder aufstehen? Ganz einfach. Piradonis, was soll denn dieser Unsinn? Schließen wir uns zusammen und beenden den Bau gemeinsam. Der Löwe verbündet sich nicht mit einer Küchenschabe. Was? Der, der, der Löwe. Naja, ein Löwe verbündet sich nicht mit einer Küchenschabe. Aber ich, ich hatte verstanden, ein Löwe hat niemals Platz in einem Küchenschrank. Ich hab mich gefragt, was das soll. Das hab ich nicht gesagt. Heck, du! Ha! 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 Was? Los! Vorhin hab ich gemeint, dass ich der Löwe bin. Das hab ich nicht schon verstanden. Na also. Was ist los? Hm. Ja! Ja! Man verbündet sich nicht mit einer Küchenschabe. Ja! 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 Oh! Wer ist jetzt der Löwe? Sag mir das von der Seite, wenn du ein Mann bist. Buh! Buh!